Musik 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 Ich fand den Azubi-Ausflug von Atefa echt toll und auch sehr überraschend, da ich nie damit gerechnet hätte, dass wir zum Bogenschießen gehen. Und das hat mir auch sehr gut gefallen und war eine super Erfahrung. Musik Mein Name ist Manuel Wagner. Ich bin bei der Firma Lenzing Fibers GmbH in Heiligreuz beschäftigt und bin unter anderem für die Ballenpresse der Firma Atefa zuständig. Und ich hoffe, dass die gute Zusammenarbeit mit der Firma Atefa auch die nächsten Jahre so gut anhält. Und freue mich auf ein Wiedersehen. Musik 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 Ich fand den Azubi-Ausflug total super, weil man hier in der Halle nicht die Maschine in action so sieht. Und deshalb finde ich das toll, wenn man hier so die Einzelteile, die man ja schon gesehen hat, auch bei der Zusammenarbeit beobachten kann. Bei der Atefa gibt es natürlich, wie man jetzt an dem Ausflug sieht, immer wieder viele spannende und neue Einblicke. Musik 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 Vielen Dank.